Hi und herzlich willkommen zu meinem Video, zu meinem schnellen Informationsvideo. Wie ihr meine Stimme hört, geht's mir. Fühl ich mich jetzt gerade noch nicht so gut. Aber ich werde euch nochmal informieren, dass das mit meinem Gesicht noch kommt. Das kann aber noch etwas dauern. Bei... Ne, weil ich... ...nicht gut im Gesicht aussehe, wisst ihr? Und ich möchte nicht, dass ihr mich so seht. Aber wenn's mir wieder besser geht... ...kann... ...kommt mein Gesicht, also kann ich einfach mein Gesicht zeigen. Und meine Katze läuft die Gottzeit hier, hm hm hm. So. Hat ihr's? Egal, aber... ...ich werde nochmal euch informieren, dass das mit meinem Gesicht noch kommt. Nicht, dass ihr denkt, dass ihr... ...dass ich gesagt habe, Hashtag Gesicht oder Hashtag... ...es läuft kein Gesicht, dass ich euch da veräppelt habe. Nein, nein. Das mit meinem Gesicht kommt noch. ...oder ich euch nochmal gesagt habe, ne. Also, haut rein. ... ... ...